Die Stadt, die normalerweise für ihre ruhige Atmosphäre und ihren industriellen Charme bekannt ist, pulsierte plötzlich vor Energie und vor Freude, als die Nachricht von Helenes Auftritt die Runde machte. Nobilia, ein Vorreiter in der Küchenbranche mit einer langen Geschichte von Innovation und Qualität, feierte an diesem Abend stolz sein beeindruckendes Jubiläum. Und dies mit einer Extravaganz, die seinesgleichen suchte. Schimmernde Lichter, aufwendige Blumengestecke und ein Hauch von Luxus umgaben die Gäste. Als sich der Vorhang des Hauptbühnenbereichs öffnete, ertönten tosende Applaus- und Begeisterungsrufe durch die Luft, als Helene Fischer mit atemberaubender Präsenz und strahlender Schönheit die Bühne betrat. Ihr Auftritt war ein perfekter Auftakt zu einem Abend voller Überraschungen und Emotionen. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und ihrer beispiellosen Bühnenpräsenz verzauberte Helene Fischer das Publikum vom ersten Moment an. Ihr Repertoire aus mitreißenden Hits und gefühlvollen Balladen ließ niemanden unberührt. Die Veranstaltung, die eine harmonische Mischung aus Musik, Tanz und feinem Essen bot, war ein Spiegelbild der Philosophie von Nobilia. Das Beste zu bieten, unabhängig davon, ob es sich um Küchen oder um unvergessliche Veranstaltungen handelt. Helene Fischers Auftritt wurde von aufwendigen Lichteffekten begleitet, die die Bühne in ein kaleidoskopisches Spektakel verwandelten und die Zuschauer in eine andere Welt entführten. Helene Fischer schaffte es mühelos, die Energie aufrecht zu erhalten und das Publikum in ihrer Welt des Klangs und der Emotionen gefangen zu halten. Die Party erreichte ihren Höhepunkt, als sie eine Zugabe mit einem ihrer berühmtesten Hits präsentierte, und das Publikum in einen regelrechten Freudentaumel versetzte. Die Symbiose aus Nobilias beeindruckendem Jubiläum und Helene Fischers atemberaubendem Auftritt hat nicht nur die Herzen der Gäste erobert, sondern auch eine Erinnerung geschaffen, die noch lange nachklingen wird.